Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem AquaPinter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 68. Das Ganze ist ein Wochenupdate, wie immer jeden Freitag 18 Uhr hochgeladen. Ich zeige euch, was ich letztes Woche alles Schönes gemacht habe. Und das Ganze ist natürlich eine N-Modellbahn, die von Anfang an für euch aufgebaut wird und für uns aufgebaut wird. Und da zeige ich euch, was ich immer alles so schönes mache. Diese Woche geht es um die Plattform oben links, wo die beiden Brücken hinführen. Das werden wir nachher alles im Video noch sehen. Und das Ganze hat einen, ich sag mal, Tutorial-Charakter. Da werde ich jetzt die Weichenantriebe, die Unterflurweichenantriebe einbauen. Da zeige ich euch meine Lösung, wie ich das gerne immer mache bei mir. Ich habe ein kleines bisschen andere Ansprüche daran, weil ich an meine Anlage von unten ja nicht herankomme. Aber der Grundcharakter eines Unterflurantriebes ist hier mitgegeben und ich zeige euch, wie ich dies alles aus der Ferne lösen kann und wie ich das alles mache. Und ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß dabei. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück zum Video. Hier sehen wir, wo wir heute am Werkeln sind. Das ist natürlich die Plattform, die wir auch im Hintergrund jetzt hier gerade sehen. Dort haben wir ja, glaube ich, in einem der letzten Videos hatten wir ja die Wurmenweige da oben ausprobiert. Und das hat ja nur alles funktioniert, deswegen kann man das auch verwenden. Damals hatte ich zwar den Antrieb schon ab, habe es aber natürlich von Hand hin und her bewegt. Das will ich natürlich später nicht machen. Ich möchte es natürlich von unten mit einem Unterflurantrieb. Hier sehen wir sie übrigens. Der eine hier, den hatte ich schon mal benutzt, wo ich meine Spur Z-Bahn damals aufgebaut hatte. Und da verwende ich ihn natürlich wieder, ist klar. Und fixiere die, bevor ich die nachher festschrauben werde, fixiere ich die erst mal mit einem Klebeband unter dieser kleinen Platte. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich komme ja unter meiner Anlage, also jetzt kaum drunter oder gar nicht drunter. Maximal jetzt an Stellen wie hier, wo die Bahn praktisch so 50 Zentimeter Höhe hat. Und da komme ich natürlich drunter und da kommen natürlich auch die Unterflurantriebe. Wir werden nachher noch übrigens die Antriebe sehen, die direkt auf der Bodenplatte meiner Anlage gebaut sind. Viele meiner lieben Abonnenten oder auch Stammzuschauer werden das noch wissen, dass ich das hier unten mit solchen Holzstäben umgeleitet habe. Das werden wir nachher nebenher nochmal sehen. Wer es interessiert, kann das gerne mich wissen lassen. Da kann ich nochmal ein Video zu bringen. Ansonsten haben wir das ja alles schon mal behandelt. Das braucht man ja nicht nochmal zu machen. Jetzt habe ich das, wie gesagt, drunter geklebt. Wir hatten es ja gerade gesehen und hier mache ich jetzt ein Messingröhrchen fertig. Das heißt, dieses Messingröhrchen, was ich jetzt hier so mühevoll mit einem Cuttermesser da abschneide, das kann man ja nicht mit der Zange, da macht man es ja platt, da kriegt man ja kein Draht mehr durch. Denn hier soll, wir sehen es jetzt gerade mit 0,4 Millimeter, der Federdraht und das ist jetzt das Röhrchen, was ringsherum kommt. Und da wird dann der Federdraht jetzt hier, wir sehen es, durchgeführt. Viele kennen die Technik von euch, verwenden das selber so. Viele machen das auch völlig anders. Die bohren unter die Weiche ein relativ großes Loch oder einen Schlitz und steuern das direkt unten an diesem, wo meistens immer so ein Loch unten drin ist, direkt an. Ich mache es eben von der Seite ran, wo die Antriebe, die Originalantriebe auch rangehen. Das werden wir aber alles gleich noch sehen, wie ich das da mache. Hier, wie gesagt, sehen wir noch den Bohrer. Da musste ich praktisch gucken, dass ich jetzt einen Bohrer finde, der die gleiche Größe wie das Röhrchen hat. Denn das Ganze muss jetzt hier auf der Platte, ich sage mal immer so einen halben Zentimeter, neben den Antriebsnippelchen da, der ist rechts von dem Bohrer jetzt zu sehen, den muss ich ja dann ansteuern können. Ich sage mal, die Entfernung, die man dazu macht, der Winkel mehr zum Gleis, mehr nach außen, das ist ein bisschen Erfahrung, was man da machen muss. Aber ich sage mal, wenn man parallel zur Weiche liegt, kann man erstmal nicht viel falsch machen. Man sieht natürlich viele Sachen, wenn man sich jetzt die Weiche anguckt und sagt, na, geh mal lieber noch einen Millimeter nach unten, geh mal einen Millimeter nach oben. Hier sehen wir das Löchlein. Und da hinten ist auch der alte Antrieb noch dran gewesen. Von unten lasse ich immer so einen halben Zentimeter rausstehen. Das sehen wir nachher noch. Und jetzt habe ich hier den Abstand mal eingeblendet, wie ich das gemacht habe. Der Federdraht, den wir jetzt hier, oder den ich hier an der Hand halte, den habe ich oben abgeknickt. Der ist länger, circa 3-4 Millimeter, als ich brauche. Das werden wir gleich sehen. Der kommt ja in den Schlitz rein, wo der Federdraht von dem Original Weichenantrieb auch reingeht. Wenn man die abmacht, sieht man ja drunter so ein kleines, was ist das, Kupfer oder Messing oder irgend so was, so ein Metallblättchen drin. Der greift in die gleiche Stelle rein, wo ich auch reingreife. Und wir sehen es hier schon, ich drehe jetzt unten gerade mit den Fingern so diesen Draht so hin und her. Deswegen sieht das ein bisschen unbeholfen aus, weil ich muss ihn gleichzeitig ein Stück nach unten ziehen. Das braucht man natürlich später nicht mehr. Und bewege den ganz dünnen Draht zwischen Daumen und Zeigefinger immer so ein bisschen hin und her. Und das macht sich natürlich ein bisschen blöd. Hier sehen wir den Draht. Der ist ja wirklich dünn. Und den knicke ich jetzt unten ab. Wir haben es gerade gesehen. Und wenn man den abknickt, dann kann der Draht auch nicht mehr nach oben. Dann heißt, der ist ja wirklich in seiner Form da drin. Und durch diese leichte Biegung, wo man den Draht biegt, ist ja kein wirklicher harter Schnitt oder Biegung. Dadurch hat man genug Luft, dass der Draht sich ganz, ganz leicht in den Messingröchen einbewegt. Jetzt mache ich hier die Holzstäbe fertig. Die habe ich hier natürlich in relativ kurzer Form vorliegen. Bei meiner eigentlichen Anlage, nein, das ist alles meine eigentliche Anlage. Bei meiner Mittelteil der Anlage, Bahnhof Dobbingen und was da alles ist, da geht das bis zu einem Meter weiter weg. Das heißt, das sind tatsächlich die Antriebsdinger hier von Konrad oder vom großen C, die manche mal schreiben. Man kann den Namen doch ruhig nennen. Ich blende nach Werbung und nein, dann ist gut. Ich kriege da zwar nichts für, aber ist egal. Und die haben tatsächlich genug Kraft, dass ich das sogar zweimal umleiten kann mit einer Umleitmechanik, die ich mir da gebaut habe. Wenn es einen interessiert, ich kann es gerne nochmal zeigen. Aber man kann sich das vielleicht auch ganz gut vorstellen. Die haben wir eben nur eine Umleitung, nämlich eben die nach oben. Und hier fädle ich jetzt fast blind so ein Stückchen Abschnitt von der Abisolierung von einem Kabel einfach drüber. Damit habe ich dann den Abstand, weil die Holzstäbe, die das jetzt umlenken sollen, die dürfen ja nicht bis an die Achse rankommen. Dann wird uns ja kaum noch was bewegen. Und deswegen kommt da jetzt das Stückchen da oben drüber. Das ist wahrscheinlich auch eine ziemlich logische Sache. Hier sieht es man auch, weil ich das dazwischen gemacht habe. Und das funktioniert, das ist grundsätzlich das ganze Geheimnis meiner Fernantriebe. Wie gesagt, hier oben relativ kurz. Der vordere wird noch ein bisschen kürzer werden. Und das funktioniert prächtig. Aber wie gesagt, das werden wir nachher noch im Einsatz sehen. Wir sind ja jetzt erstmal bei dem mechanischen Teil, wo ich jetzt das ganze, ja hier zack, Haken, passt. Wo ich das Ganze jetzt erstmal die reine Mechanik habe. Jetzt sind wir übrigens an der vorderen Weiche. Und da möchte ich auf den anderen Bereich nochmal, da werden wir aber gleich sehen, was ich meine. Ich verhasse mich hier sonst bloß über beim Erzählen. Hier knipse ich natürlich die Originalanschlussbereiche, wo die Originalantriebe praktisch rankommen. Das knipse ich alles weg. Und wenn ich hier ein Stückchen von der Schwelle zu viel abgemacht habe, wie an der einen Stelle, hier liegt schon ein Stückchen Weiche oder ein Stückchen Schwelle rechts, die klebe ich dann da wieder hin. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann ich direkt auf den Kork dann kleben und dann sieht das wieder optisch aus wie vorher. Alles kein Problem. Und hier ist eine andere Technik. Hier knipse ich jetzt übrigens die beiden Stege auch mit ab. Und wenn ich das hier so ein bisschen behutsam mache, dann hat das wirklich den Grund, man muss mit dem Weichen, das wisst ihr selber, muss man wirklich behutsam umgehen. Hier habe ich sogar noch ein Blech lineal untergelegt, dass ich diesen kleinen Plastiksteg, wo ich das Loch jetzt gerade reingebohrt habe, nicht zu doll nach unten drücke und vielleicht noch irgendwas abbriche hinten. Deswegen liegt das drunter. Deswegen auch hier zum Beispiel der Zahnstocher noch dazwischen, dass die Weiche sich gerade nicht bewegen kann, dass alles schön festliegt. Und dann habe ich jetzt hier ein Loch reingebohrt. Und dieses Loch ist dafür da. Ich habe praktisch den Federtraht, man sieht es hier vorne, vorne nochmal so ein bisschen angekippt und dann greift er da rein. Aber auch das ist ein bisschen Erfahrung, dass ich sage, wann mache ich das mit dem geraden Federtraht und wann bliege ich ihn vorne runter, wie an der Bogenweiche hinten habe ich das gerade gelassen. Das ist einfach eine Frage des Spiels. Wenn man jetzt hier in so ein Loch reingeht, wie man das hier hat, hat man natürlich weniger Flexibilität in der Weiche drin, weil man ist ja auf dieses eine Loch da festgelegt, wo das jetzt drinnen hängt und man sieht, ich kann es auch noch so ein bisschen hoch und runter bewegen, das ist natürlich nachher auch hier weg. Hier sehen wir es ganz gut. Da habe ich sogar noch so ein Stückchen auch Isolierung da drüber gezogen von unten nachher noch, dass das ein bisschen höher sitzt. Und das muss man so ein bisschen im Gefühl haben. Und wenn man das jetzt hier teilweise so groß sieht, hier sieht man, das war ein relativ kurzer Antrieb. Und wenn man das jetzt so groß sieht oder gesehen hat, dann ist das natürlich, da denkst man, oh, ein Riesenantrieb. Nein, Spur N, wenn wir uns wirklich da hinstellen, wo wir stehen, Entschuldigung, wenn wir uns da hinstellen, wo wir stehen, dann sehen wir das alles nicht mehr. Das ist fast unsichtbar, überhaupt kein Problem. Und dann mache ich natürlich mit dem SLA-Drucker, drücke ich mir noch so kleine Abdeckungen, die sehen dann vielleicht so aus wie so ein Riffelblech oder irgendwas in der Art. Und dann ist da halt ein weichen Antrieb drunter und dann ist das alles schick und man wird es kaum sehen. Und bei den Teilen, wo ich jetzt zum Beispiel das Ganze nur mit Schotter umfüllt habe, wenn man nicht weiß, dass dort so ein kleiner Federdraht von 0,4 Millimeter Stärke sich befindet, dann sieht man den nicht. Zumal, wenn es vielleicht noch auf der Rückseite vom Gleis ist oder wie auch immer, da mache ich mich dann gar nicht verrückt. Allerdings vorne, wo ich stehe, wo ich es direkt sehe, da kommen die kleinen gedruckten Kästchen nachher nach drüber. Da komme ich mal drauf, wenn ich bei diesen Teilen mit dem Ausbau irgendwo mehr oder weniger hier beschäftigt bin, dann zeige ich euch das natürlich gerne, was ich da mir nach allen fallen lassen habe. Mein Gott, das war ja ein Verhaspler jetzt hier. Ja, ich überschwatze gerade hier die ganze Sache hier im Hintergrund, weil das ist ja nun schon gar kein Hexenwerk mehr, was ich hier mache. Das ist praktisch die Anschlüsse in meinem Schubladen, der sich unter meiner Platte praktisch befindet. Das kann ich nach vorne rausziehen, deswegen bewegt sich das hier ab und zu mal. Und da mache ich das im Grunde genommen nur, wie schließe ich da unten an. Da sieht man ja mal die drei Anschlüsse, die rauskommen. Das kennen viele von euch, die digital fahren selber, die analog fahren dürften das gar nicht interessieren. Das ist ja alles Digitaltechnik jetzt hier. Und damit ich die weichen Antriebe, die grauen, die ich verwende vom großen C, ich blende die Erwerbung ein, vom Konrad. Da brauche ich natürlich jetzt hier die kleinen Platinen, die noch, wir haben gerade gesehen, ich habe die beiden blauen Drähte, die an die Antriebe rankommen, wo man ja einmal die eine Seite schaltet, einmal die andere Seite schaltet. Die werden hier beide aufeinander gelegt und der gelbe Draht hat seinen eigenen Anschluss. Wir sehen es gerade. Das heißt mit anderen Worten, wir sehen es ja auch in den Schrauben recht schön. Unten gehen drei Litzen rein, oben gehen zwei Litzen wieder raus. Und da, ja, man muss das nur wissen, dass das so geht. Ich habe es am Anfang auch nicht gewusst gehabt, wo ich das erste Mal die Antriebe verwendet hatte. Da dachte ich, oh Gott, das geht ja gar nicht. Warum lässt sich das hier nicht ansteuern? Ja klar, weil das Teilchen gefehlt hat. Die kam auch nochmal 5 Euro extra. Naja, digital ist halt nicht billig. Hier sehen wir es nochmal als Bildchen schön. Und hier schwenkt man auch schon rüber wieder zu unserer Plattform. Da habe ich mittlerweile auch solche Ringbuch-Plastedinger da festgeklebt. Und da komme ich dann mit den Kabeln. Wenn das hier noch alles ein bisschen wüst aussieht, das werden wir auch im nächsten Video. Das Video ist übrigens nur die Hälfte dieses Mal. Es kommt noch ein zweites Video. Da geht es dann um die Signale, wie ich die mit den gleichen Antrieben auch ansteuern werde. Dann wäre das Video zu lang geworden. Deswegen habe ich das jetzt hier in zwei Teile reingeschnipselt heute. Und dann wird das alles ordentlich gemacht. Ja, es bleibt natürlich nirgendwo bei mir ein Kabel schräg nach unten hängen. Ich treibe es sicherlich mit dem Kabelmanagement hier nicht auf die Spitze, dass ich dann irgendwo ja, wie Sie sagen, ja, manche machen das ja sehr pingelig. Ja, da hängt wirklich ein Kabel neben anderen. Brauche ich nicht. Ich beschrifte alles schön. Es muss vernünftig sein. Es darf kein Kabel runterhängen. Ja, ich habe es nicht vergessen. Die Schraube ist drinnen. Und ja, jetzt löte ich das hier zusammen. Und die Kabel müssen, wie gesagt, bei mir nur ordentlich geführt sein. Die werden auch teilweise getrennt, dass manche von diesen Ringbuchhaltern da, die sind nur für Weichen da, andere sind für die Stromversorgung da. Das ist schon irgendwo getrennt. Aber wo sich das halt nicht trennen lässt, dann muss ich es auch mal zusammenführen. Das mache ich einfach mit Trennung wegen, naja, wegen Fremdströmen vielleicht nicht, aber wegen irgendwelchen, ja, wenn Träte nebeneinander liegen, können die sich beeinflussen, gerade im digitalen Bereich. Und deswegen möchte ich das nicht. Deswegen werden die, also die liegen dann teilweise so ein Zentimeter noch auseinander, so dass das alles schön getrennt bleibt, was jetzt irgendwo reine 12 Volt sind und was eben digital spannend ist. Ja, hier sehen wir nochmal die gelöneten Stellen. Das sieht aus wie Chaos-Bude hier bei mir, aber wie gesagt, das ist nachher alles weg. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur App Z21, wie ich das Ganze jetzt hier einrichte. Wenn es interessiert, ich habe es mal hier gezeigt, wie ich das gemacht habe. Hier sehen wir ja praktisch mein Tablet und da werden jetzt die Weichen mit, da oben sehen wir schon, ich habe drauf gezeigt, ich habe ja auch mal die Adressen drauf stehen bei mir auf diesen DR4018 und dort befinden wir uns jetzt gerade in dem linken, das ist die 111 bis 118. Und jetzt haben wir auch gesehen, dass ich die beiden rechts angebracht habe, also wird jetzt entsprechend dann auch die, in dem Fall die 117 Weiche mache ich gerade, weil ich glaube die 118 mal schon belegt. Und dann die andere Weiche müsste dann die 116 bekommen. Hier teste ich nochmal, hier sehen wir auch das rote LED unter der DR4018. Wen das übrigens interessiert, ich habe da auch mal ein extra Video zu gemacht und ich könnte auch nochmal ins Detail weiter hingehen, aber ich glaube, da gibt es auch schon genug andere Videos zu, wo man das sieht. Ja, und jetzt sieht man hier schön im Stellpult, wie ich die Weichen da einzeln ansprechen kann und jedes Mal blinkt die rote Lampe unter meinem Digi-Kader, unten drunter unter meiner Anlage, unter meinem Stellpult da. Und das funktioniert. Es geht relativ einfach, wenn man sich einmal mit der Z21 beschäftigt hat und mit den ganzen Teilchen dazu, dann geht das recht gut. Hier habe ich es mal oben auf die Platte gestellt, hier sehen wir jetzt die Weiche vorne, welche Stelle und unten haben wir es gerade hopsen sehen, da schaltet der Antrieb, wenn die nach links gehen, dann federt das so ein bisschen nach, das hängt tatsächlich mit dem Federdraht zusammen, das ist vielleicht nicht so gewollt, aber das ist alles gut, weil der Federdraht gibt der vielleicht größeren Kraft des Antriebsmotors nach und überträgt tatsächlich nur hier oben einen relativ leichten, wir sehen das immer so leicht nachfedern, das mag nicht jeder, manch einer will lieber, dass eine Weiche sich wie ihn echt ganz langsam mit einem Servo bewegt. Bin ich ehrlich, brauche ich nicht. Mir ist es wichtiger, dass ich rankomme. Wenn ich vielleicht eine Platte hätte, wo ich ständig von unten rankommen würde, würde ich das auch mit einem Servo lösen. Geht bei mir nicht, ich mache es von der Ferne, ich brauche tatsächlich die Lösung, die ich sie jetzt hier habe. Und ja, wir sehen auch hier, die Bogenweiche lässt sich auch ganz sauber schalten. Die geht übrigens sauberer, die federt nicht so nach. Das ist der Unterschied zwischen dem, wo ich das Löchlein gebohrt habe und wo ich mit einer geraden Federdrahtstange reingegangen bin. Das ist der Unterschied. Bei dem einen ist es so ein leichtes Nachfedern, bei dem anderen ist es ein sauberes Schalten. Aber man muss halt seine Gegebenheiten sehen, was will ich, was will ich erreichen und dann muss man eben auch gucken, wie funktioniert es am besten. Ich mache es immer erst mit einem geraden Draht, stelle ich aber fest, er schafft das vielleicht schlecht, weil ja die beiden parallelen Plastikmittelchen da drin sind, ich blende mal noch eine Grafik vielleicht ein, die halten den Federdraht dann fest. Also das muss man wirklich probieren, wie man das irgendwo am günstigsten lösen kann. Was wir jetzt im Hintergrund hier sehen, das ist eigentlich schon vom letzten Video vorgegriffen, aber auch von einem, ich glaube vom vorvorigen Video, von der 66, wenn man nicht alles täuscht, ist das nachgegriffen. Dort hatte ich ja die schon eingebauten Reet-Kontakte gezeigt. Jetzt mache ich jetzt hier noch, wie ich sie einbaue. Das hat einfach den Grund, das hätte ich auch im nächsten Video mit reinbringen können, weil es da nämlich um die Signale und um die Steuerung geht. Und das sind aber die letzten Aufnahmen, die in 2K noch sind. Und ab dem Video 69, ich blende es ja ab und zu mal ein, wird bei mir ja alles in 4K gebracht. Und da kann, ja der pingelige Uli, und da kann ich natürlich keine 2K-Aufnahmen in das 4K-Video reinmachen. Das wird nicht funktionieren oder die Qualität leidet enorm drunter oder das ganze Video müsste ich dann auf 2K wieder rendern. Dann stimmt das nicht, was ich geschrieben habe. Hier sehen wir übrigens, dass ich den Reet-Kontakt unter das Gleis geschoben habe. Normalerweise mache ich das ja vorher. Da hat der Uli wieder geschlafen. Leider war er so aufgeregt mit seiner Bogenweiche, aber durch den Korkuntergrund ist das hier kein Problem. Das habe ich also mit einem kleinen Schraubendreher so rausgekratzt und dann konnte man die Reet-Kontakte ganz sauber drunter schieben. Und da sind die Anschlüsse, die Löcher halt unten an der Seite so dran. Das passt schon irgendwo. Und wenn das eingeschottert wird, ist dann gar nichts mehr zu sehen. Ich male das nachher auch nach schwarz, was ich jetzt hier weiß verspachtelt habe. Und dann ist alles gut, dann ist alles weg und dann sieht man gar nichts mehr. Ja, wozu ich die Reet-Kontakte brauche, das möchte ich euch sowieso in einem separaten Video nochmal zeigen, weil ich werde viele Sachen, ich hatte es im letzten Video nach 67 angesprochen, noch ändern bei mir auf der Anlage. Was ich aber ändern will und warum ich das ändern will und wie ich das ändern will, das will ich euch dann natürlich separat in dem Video dann erklären und erläutern, was ich damit meine und dann wir gucken mal, was auf uns zukommt. Es geht weiter und weiter und weiter. Mittlerweile bin ich im nächsten Abschnitt sowieso hier schon mitbauen. Ich bin ein bisschen im Vorlauf, das habe ich ja im letzten Video auch schon mal angekündigt. Ich bin also schon ein Zacken weiter, als wir hier sehen. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich relativ viel oder schnell vorwass gekommen bin. Und das nutze ich natürlich aus, dann habe ich ein bisschen, naja, so ein Videoschnitt dauert ja auch alles für seine Zeit. Alles klar, meine Freunde, dann würde ich sagen, macht's schön gut, bis zum nächsten Mal. Vergesst euer Däumchen nicht, vergesst die lieben Kommentare nicht, ich freue mich da immer drüber. Und dann sage ich, macht's schön gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.